Ein kleines Video-Update zum 63er Cadillac Eldorado. Wir haben hier das komplette Interieur erneuert. Wie man hier an dieser Tür schön sehen kann. Also nicht nur das Leder, sondern auch das komplette Holz. Mit neuem, polierten, echten Tropenholz neu aufgearbeitet worden. Der gesamte Innenraum, vorne, hinten, Türverkleidung, alles komplett neu in Leder. Ich hoffe, man kann das hier ganz gut sehen. Hier auch das Holz komplett neu auf der anderen Seite. Und da erstrahlt das jetzt natürlich wieder in frischem Glanz. Das war das, was das Auto noch gebraucht hat. Und das haben wir jetzt auch umgesetzt. Und ich denke, das gibt dem Auto auf jeden Fall nochmal einen richtigen Push nach vorne.